Willkommen zu hier ist die ich habe das Spiel einmal angetestet aber sonst keine Ahnung mit ihnen wollen ein Spielermodus und nehmen zu sein und zwar habe ich mit dem hier um Mainz zu gespielt und werden das auch jetzt wird und dann werden nicht hat gespürt muss nicht sein starten wir einfach mein Spiel Town of Inno also was ich so weiß hier gibt es Zeug da kann man Zeug machen ja ich habe sehr viele andere von dem Spiel Zeug kaufen und so äh ja was wir noch nicht machen können weil wir eben kein Geld haben hier gibt es dann die Difficulty Stratzen so und hier gibt es dann Act One Forests of Tarity da schauen wir gleich mal rein das mit dem mit dem mit dem mit dem das einfach ging aber es geht es geht so und zwar wir bekommen hier ganz schöne Wellen auf uns zu Warum eigentlich diese Riese-Spinne? Ich mag keine Spinnen. Naja, Ratten sind wieder... Oh, etwas lieber. Übrigens, diese Statuen schießen auch. Das finde ich gerade ziemlich doof. Damit gehe ich mal in die andere Richtung. So. Was können wir denn noch machen? Ah ja, hier genau. Hier hat man Attribute, mit denen man freistellen kann. Fireswarm. Cast a swarm of fireballs into the direction faced. Oder? The Pyramids has a chance to launch a huge meteor instead of a normal projective. So, unwickig stecken, glaube ich, in den Schaden rein. Genau. Gut. Schaden ist immer gut. Zack, und da ist der erste Tod. Ah, da haben wir jetzt einen... Wow. Da haben wir jetzt einen Meteor gehabt. Kannst du Spinnen sterben? Danke. So. Einfach da reinschießen. Nein, nicht treffen lassen. Die Blauen geben irgendwie Mahn oder so wieder zurück. Und die Roten... Ups. Da, Hilfe. Und die Roten heilen. Vor. Huch! Machst du? Ich will es aber gar nicht wissen, was du machst. Nein! Bin ich doof. Nein, ich bin zurückgegangen. Merke, nicht da rein gehen. Wef 2. Los geht's. So. Gut. Also wir brauchen nur T auf Deutsch. Mal. Damage. Wir nehmen nochmal ein Meteor und hauen nochmal ein Damage rein. Und schießen wir weiter in die Richtung. Sterbt. Ihr Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Darum müsst ihr sterben. Ah. Und ja, es gibt doch Bossgegner. Hilfe. Hilfe. Oh nein. Nicht die Giants beide. Ich mag keine Spinnen. Level up. Moment. Level up. Auf mich. Auf mich zu schießen, bitte. Hallo. Ah ja, die Kisten kann man auch noch zerstören. Irgendwie. Und öfter drauf schießen, natürlich. So. Au. Nein. Geht. Weg von mir. Hab ich mir gesagt, dass ich keine Spinnen mag. Ich mag keine Spinnen. So. Erstmal die große Spinnen töten. Ja, das nächste. Ja, ja. Die große Spinnen. Die gigantische Spinnen heißt. So. Jetzt können wir das anbinden. Das Gebot machen noch. Und auf der Map sind auch gerne solche Fallen. Da haben wir uns solche versteckt. Die kann man auch gegen die Gegner verwenden. So viel weiß ich. Und öh, ich hab halt, ich glaub, die erste, erst 10 Wellen gespielt. Die schlagen mich gerade überraschend gut. Zu gut irgendwie. Äh, ja, stecken wir den Damage rein. Damage ist immer gut. Machen wir bald One-Hit. Haha. Zack, 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 zack. Die Ratten sind etwas schneller. Die Skelette werden wahrscheinlich... Au. Oh. Ach ja, übrigens, diese... Äh, warte, fack, warum kann ich gespringen, bitte? Ähm. Kannst du bitte mal... Dankeschön. Ja. Fast. So lässt es sich lieben. Feuer? Okay, egal. Ne, zack, 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 zack. Nein. So. Berechnet. Oh, space for the next wave. Nice. Dann holen wir unten uns das ganze... ...kohle-Zeug. Und schauen noch ganz kurz in den Web herum. Oh, und dann mit dem Dungeon. Zack. Dungeon. Oh, und dann mit dem Dungeon. Hilfe, du kommst ruhig! Scheißi-Bengen-Claster. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Oh. Geht weg. die kann man die Falle vielleicht auch benutzen okay die kann man nicht benutzen, nein 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 hab da mir eingesperrt hallo macht Schaden auch, ja macht Schaden, macht Schaden aber ich krieg bekommen gerade mehr Damage Hilfe Kissen zerstören, dann haben wir da noch Skelette gut, dann haben wir hier noch eine Kiste und dann noch eine Vase da müssen wir Päuschen, Magic Päuschen kann man mit Q aktivieren da kann man auch noch drüber, perfekt so weiter gehts, ne Garantina tschüss fernkampf, lustig so, dann haben wir wieder so eine riesige riesige Ratten electrified, oh nein geh weg so der andere ist Ranish Resistance ha, ha, wodurch bin ich jetzt gestorben na start what the fuck taun auf und ja so das war jetzt mal das Prinzip so auf ganz übersichtlich jetzt werden wir aber kurz jetzt werden wir in mein altes, mein erstes Profil reinschauen und dann hier weiter, ich bin nur das man jetzt sieht um was das ging und jetzt geht das Wetter hier in 4 The Forests of Territory, Teil 4 los geht The Village genau da haben wir ebenso Zombie Arme Hilfe und Bäume Devilkin okay oh, den Feuerding hatte ich auch noch nie und der wechselt seine Sprührichtung gut zu wissen aber es, es läuft noch so push the buttons oh, was denn das so bitte oh das erinnert mich immer so ganz leicht an die Binding auf Isaac mit den ganzen Items und die ganzen Muster und so so okay, wenn ich's mal und dann äh, kurz mal Geld aufsammeln ah, das noch was was denn du da? wirst du mit Geld hin? oh nice The Guardian Templar Shield naja, hab ich hintergedreht, ups okay, jetzt erinnern mich das natürlich ich, noch mehr ein Beininger Nice auf Isaac toll oh und das hab ich auch vergessen, dass sowas gibt noch oh ach, und dafür ist das Mana gut, haha ich hab ja was gefunden, wofür das Mana gut ist mhm ja ja oh und natürlich ein Vulkan, der was Bratwürste spuckt und die explodiert okay, muss ich nicht verstehen glaub ich mal er hat sich jetzt selbst gesprengt oh nein, 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 dir, dir Kiste hört sich oh, du in die Kiste nein kann man dich zerstören Kaffee schreien, appeared hm okay was bist du schnell ah ja, da unten ist der Helf schreien eh 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 oh, schön wow, Spikeball ach wieso habe ich denn heute so viel Pech mit diesen range resistance teuren Typen sehr schlimm äh äh lass mich da mal ganz, ganz durch 400 monster kills achievement unlocked nice nein ach lass mal ins Feuer räumen nenn kann man dich hier aufs nenn enter darf man nicht drücken und aktiv bei der nächsten zei- zeile toll zu wissen jetzt im nachhinein ach Hilfe voll mit brennen nenn ja, genau, schießen die falsche Richtung hast du recht hallo Frau Mieter kannst du danke äh du 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 gib mehr Mana ah nix braucht mehr Mana cold enhanced Deadwood okay äh er dürfte ein bisschen mehr leben wieder aber das war es auch schon wieder wie sie ich das au Wie kann ich denn das aufsammeln? Verdammt. Äh, wir gehen etwas in Reduktion ran und dafür... Kann ich denn das nicht aktivieren hier? Na egal. Wir gehen hier in... Wir können Level 180 damit ein Tick nennen, gehen wir in Meteor ran. Gehen wir ins Meteor... Meteor ran. Nein, Pfeiler gewirrt. Komm her, kommt her, meine Bäume, die werden verdammt schnell, die Bäume. Oh, Hilfe! Oh, Firefly. Ja, geht aber noch gut, geht aber gut. Zick, arm zu lassen. Komm, die Bäume lupfen, der über sich rührt. Gut. Was machst du? Okay. Baum. Aua. Schmerzen. Du hast ein schwarzes Loch. Ah. Spannend vielleicht dieser... Ja, der Spannend. Diese Aua-Dinge. Ja, was bist du? Ah, du bist das Rattennest, genau. Die können auch noch zerstören. Haben wir einen Kinn? Ne, haben wir nicht. Nein. Okay, dann geht's weiter. Oh, face this horror. Hilfe. Noch mehr Spinnen. Äh, fliegen wir nicht. Keine Spinnen. Keine Spinnen. Yay. Oh, noch was anderes. Komm schon, push the button. Und stirb. Perfekt. Nein. Geh weg. Welch. Aqui. Ach, die Spannend... Der Spannend dieser Dinger... Oh mein Gott, wie schlimm. Haben wir wieder zurückgeschossen, wahrscheinlich. Jawohl, das tut. Perfekt. Nein, geil. Au, au, au. Böse Flieger. Hör auf. Komm. Kommt ihr. Bitte. Alle. Aussterben, danke schön. So. Stimmt. Stirb. Stirbt. Nein. Jetzt wieder mit dem Anrufe. Nein. Weg damit. Kann man wieder fliegen? Nein, kann man nicht mehr bewegen. Hilfe. Na, so. Jetzt sind wir hier und das war's. Du, 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 du. Ich hatte sie nach dem Moment, der Busk ging an. Pond, du, du, du. Oh, da drin ist er. Aua. Puh. Muss ich das so stehen? Du hast nur Boss Hilfe. Ist du der Boss? Ja. Er sitzt bei. Achtung. Ja, du, du bist der Boss. Stirb. Also dieser Boss ist einfach. Easy. Easy. Muss ich kurz mal in die Optionen. Oh, okay. Können ich dich irgendwie austauschen? Ah, warte mal. Was? Gut zu wissen. Geht zurück. Ah, ich hab's aufgesammelt. Ja, machen wir noch mal Schaden, genau. Irgendwas noch interessantes hier. Hm? Mit dem. Okay. King's Garden. Wave 26. Okay, ne neue Welt. Ja. Sollts auch wieder kein Enter. Äh, keine Space Metal drücken. Magic Potion. Full Health. Das war jetzt ein Untergang, was du gerade geschossen hast. Haha. So. Zack. Tot. Und alter das Spawn in der Skeletz Hilfe. Bohnen leer. Machst du? Aus der Skeletz Spawn. Stark sein vielleicht auch noch. Nein, nein. Nein. Level up. Alter, ich mach echt extrem gut Schaden. Aber wo Schaden? Gehen wir doch auf Maximana. Und mach das hier. Perfekt. Jetzt haben wir da noch mal. Was zählt das? Oh. Nein, komm, Schaden. Nice. Komm her. Genau. Perfekt. Okay. Huch, was bist denn du? Egal. Ich sterbe jetzt auch leicht. Ständig. Professionell wie immer. Man kennt sie ja von mir. Na? Na? Pow, pow. Pow, pow. Pow, pow. Haha. So. Das stimmt auch noch. So, dann müssen wir kurz in der Merkungen sehen. Da sind noch Kisten. Und da sind Straßen. Die machen wir auch noch schnell kaputt. Kiste. Noch mehr Kiste. Du Blätter zum Zerstören. Oh, eine fast getannte, fast gut getannte, äh, Ding. Falle. So, und oben kommen wir nicht mit dem Nächsten. Das stimmt nicht. gegen mich selbst, oder? Au! Was ist denn los mit dem? Ist dann doch mal wieder so ein Bone-Layer Ein Bone-Layer Founder-Key Wir haben einen Schlüssel 20 Gold Ach, das geht weiter Das geht weiter Ich kriege aber langsam Schaden Aua! Wenn wir in den Fall rein Perfekter Schuss Schneller Der David Kinn Ui, und weg Und weg So Wieder hin, wieder hin Umbringen schnell Und das war schon wieder Ähm... fast Zack, zack, zack Das gelten Champion Kann ich auch mal umbringen So Nächste Oh, Crypt Appeared Okay Da schauen wir doch gleich Gleich rein Vorher holen wir hier noch Münzen Noch mehr Münzen Und hier noch Das tut mir Das tut mir Fangen wir hier durch War ich irgendwas davon aufgesammelt? Ach, das hat mir auch... Oh, der hat auf mich geschossen Darum hab ich Schaden bekommen Oh, und das war perfekt die Schossen natürlich wieder Ja, folgt mir über die Stacheln perfekt Äh... 80,3 Schaden 1.000 Angriff Das ist nicht gut That is a good for me Hilfe Was geht doch weg? Ja, und... Stirb Achtung Boah Oh... Leder Skeletten Ooooooh... Und Skelle denn eine andere Farbe ist nie gut, also... Zack Zack Oh, jetzt spuckt er sich wieder aus der Hände Mist Mist Oh nein Nein, ich stehe an Hilfe Ich brauch die blaue Kugel hier Hilfe 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 Okay, ich geh mal zurück kurz in die City und schau mal wie viel... Was wir jetzt damit machen können eigentlich Mal schauen, F Set items by warm cold key Äh... Goodbye Okay, doch nicht Was machst du? Joint coffee club Oh... Schon nicht Didem Joint... Kaffee club We like to open my wall and you have no... I guess... Why... Doch... Ich bin doch schon gejoint Mario... Was macht der Abel... Was... Accessible... Wie viel geht habe ich denn eigentlich 14.000... Ja... Oh... Okay... Nein... Nicht... Das macht Magister Oh... Landlord Kokonen... Landlord Kokonen... Okay... So... Okay... So... Das machen wir noch was Oh... das ist wir sind die Kammerjäger er springt ich bringe ich bringe er springt griffst du nicht zertenfeuerbälle haben sich sehr viel gebracht ja das ist gerückt nächsterwelle herzschrein abiert 6 ja Stoetik, es ernsthaft nein, Laser, Hilfe und der Markmann das magst nicht, dass ich in Eingreif kann das sein und das ist was nein, oder das ist jetzt nicht verbaut okay, gut Das ist gut. Kommt hier. Föderbinder, ok. Laser, Hilfe. Wo das Laser weg ist. Warte, warte. Ey. Geh weg. Perfekt. Au, au. Vielleicht haben wir einen Schaden kassiert, nice. Au. Oh. Nein, 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 nein. Das ist knapp. Nein. Okay. Okay. Ich lebe noch. Irgendwie. So. Zack. Zack. Okay. Aufmachen. Gut. Nächster. So. Keine Kiesüfer. Das ist ein Ball. Nein. Oh, das hab ich jetzt nicht geschaut. Aber gut. Das soll fürs erste gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen von Hirosich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ciao.